Musik 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 Es ist wieder so weit. Die Tage werden kürzer und Weihnachten steht vor der Tür. Und wir haben uns dafür hier im Niederrheinischen Museum dafür entschieden, Weihnachten reinzulassen. Schon etwas früher, nämlich mit dem ersten Advent. Zwischen traditionellen Dingen und neumodischen Dekorationen, manchmal auch ein bisschen kitschig, haben wir auch ganz tolle Aktionen für Kinder und Jugendliche dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall mit der gesamten Familie mal reinzuschauen. Und das alles unter dem Titel Weihnachten auf der Spur mit Kerzenzauber und Lametta und das bis ins neue Jahr bis zum 15. Januar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit und ich hoffe, wir sehen uns hier im Museum. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020